mir viel. Oh Gott, ich hab's gleich geschafft. Gibt mir ja. Ist so, krieg ich noch ein Level hin? Mal gucken. Wir starten gleich mit DBD. So wie man's schon sehen kann, anhand des Bildschirms. Ähm, Fruse. Oh mein Gott, ich krieg noch ein Level hin. Oh mein Gott. Niemals. Wie viel Level hast du jetzt gemacht? Ich hab, glaube ich, schon komplett Prestige plus noch mehr. Prestige, okay. Juppe. Ja, und ich hab immer noch. Oh, okay, die letzten 7000. Was? Ah nein, ich bin für ein Deadshot. Frag nicht. Okay, jetzt ist es leer. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Sehr gut, Bro. Wait a sec, ich muss mal kurz hier, ähm. So, schieben war dann mal OBS zur Seite. Lose, rede mal. Ja, mein Schatz. Sag mal ganz oft Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Okay, super. So, war. Man hört dich. Hallo. Hallo. Man hört dich. Hallo. Oh mein Schatz. Hallo, hallo. So, soll ich dich einnahmen? Oha, ich hab auch voll viele. Ich hab 126.000. Keine Ahnung wie. Weiß immer nicht, woher ich die kriege. Ich spiel halt kacke eigentlich, ne? Ich level mal Claudette hoch. Dann lade ich dich gleich ein. Ich hab sie fast auf Prestige 3. Aha, aha. Ich muss mit das hier spielen. Cool. Was ist das? Sehr, 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 sehr. I need that. Lose, kennst du das, wenn du viel Süßes gegessen hast und deine Zähne richtig vibrieren so? Nein. Also nicht vibrieren, aber so, als würden die so verfaulen. Mhm. Oh no, Tibo. Ja, heute war, äh, es ist wieder so ein bisschen ein später Stream geworden. Hab's eher nicht geschafft. Ähm, aber ist ja nicht so tragisch. Ich mein, du kannst ja schlafen gehen und wenn du Lust hast, kannst du den Stream ja auch morgen, ähm, morgen nochmal angucken. Der ist ja dann auf meinem, auf meinem Account drauf. Der bleibt ja eine Woche, glaub ich, oder zwei. Aber es wird jetzt eh nicht so ein langer Stream. Ein paar Runden DBD und, ja. Dann noch der Freitag und dann ist Wochenende. Lose, warte mal ganz kurz. Ich geb noch diese paar Blutblute aus, bevor wir bereit machen, ja. Ja, das ist ja nicht so. Tik-Tik-Tik. Ja, ja. Ja. Ruse, neden, neden, ähm, durumu mu beinmiyorsun? Lose, oh mein Gott, Worsi. Ah, wie er es. du bist meine ehefrau du musst das machen oh nein ich dachte erst mal so eine entspannte runde nur mit meiner schwester jetzt kommt wieder der der bestimmer von allem ein spaß ich hab hier gesten tabi also wir machen das so ich will mir oder so ist immer herzlich willkommen in diesem stream kommt er jetzt noch für ruse ja kommen ein anderer wir können doch einfügen aber warum sollen wir zehn gruppen aufmachen wir haben doch schon einen hat wir kommen rüber okay hallo guten tag freunde der sonne die lange erst mal gleich schleife machen erst dann erst mal auf stumm so laut und du bist übertrieben leise auch obwohl du bei mir volle dings hast lautstärke ich kann mich lauter und leiser machen ja dann machte ich mal ein bisschen lauter bitte selbstverständlich die lernen noch einen wunsch so besser ja noch einen wunsch haare machen ja wie so was hier ziehe jetzt ein rock an da muss mir erstmal einholen welchen wird sich inwiefern welchen ich will du musst sagen welcher dir gefällt dann lasse ich die land holen und schenke ich dir nein nein du solltest du solltest du solltest für für ruse anziehen wie wärs mit nein für ruse steht drauf hat sie mir mal gesagt ja nice männern rücken so dass mein game ein bisschen laser machen pass mal hier noch ein bisschen obs an ach so stream ist an ja also falls das natürlich für alle beteiligten okay ist sich das problem klären können welches problem diesen eklig eingewachsenen haar h ist es haar was hat oh oh ström ist er an ich hab's vergessen oh gott dein ernst er ist er lügt äh was ist an deinem po er jetzt war ohne spaß aber Ja, du kannst nicht sitzen wegen Demi. Juge, aber die wirklich, Eider aus meiner Familie, er musste wirklich mal wegen so einem eingewachsenen Haar am Arsch einfach operiert werden. Ja, ich hab auch, mein Cousin musste auch operiert werden am Arsch. Ey, immer die Männer irgendwie. Ja, weil wir Haare am Arsch haben. Ja, so Locken. Nein, so geil. Geil. Ich weiß ja nicht, ob du Locken hast, Eider. Digga. Was für einen Hintern hast du dir angeguckt? Ey, Elisabeth, ich schwöre dir, meine Familie, also die Männer in meiner Familie sind Affen. Nein, ich hab nicht den Arsch gesehen, aber wenn die Beine schon Locken haben, dann hat bestimmt das Hinterteil auch Locken. Naja, würde ich nicht behaupten, aber die lassen das mal so im Raum stehen, die Lande. Ja. Oh, oh, ich muss schnell einen anderen wehen. Was? Oh, fucker. Ich hab keine Perks auf sie. Warum sagt ihr mir nicht, das startet? Oh, nein. Ich hab auch keine. Ja. Weißt du. Nein, nein, geh ruhig durch. Jenny hat dich in einem Kommentar erwähnt. Ich glaub, ich hab gar keine Perks mit dir. Das wird ne Kackrunde. Ich hab, glaub ich, auch gar nichts dabei. Nicht mal ne Kiste oder so. Aber ich sterbe ja eh. Ja. Ich geb dir zwei Minuten, damit du wieder komplett hängst. Ich geb ihm zehn Sekunden. Ja. Wie du es schaffst, dass du sofort angehangen wirst, ohne dass du überhaupt bekommen bist. Ich werd keine Runde angehangen. Du wirst zehn. Ich hoffe. Monique hat mich heute überzeugt, aber du? Aber Monique ist auch gut. Hast mich letztens... Sie hat richtig gut gespielt, aber sie hat uns zweimal ankommen lassen und hat sich selbst geopfert, so gut sah sie. Ja, Monique ist doch auch gut. Ja. Gut. Allgemein. Ich hasse die. Äh. Ich hasse die auch. Das ist eines der kacksten Maps. Ah, doch. Ich hab ne Dings dabei. Ne Kiste. Kann ich rennen. Warum? Mein Controller spinnt wieder. Das hat sie eine lange Zeit nicht mehr. Das ist diese... Ja, die mit der Axt. Genau. Die Summe ran. Wow. Sisi, sie geht zu euch. Sie ist an mir vorbeigerannt. Ja, sie ist an mir vorbeigerannt. Ey, aber es ist wirklich... Das kann nicht sein. Immer wenn das Spiel beginnt, ist sie als erstes bei mir. In meiner Nähe. Immer. Hier ist ein Jen. Kommt zu mir? Mann, meiner rennt nicht. Ja. Ich überlege gerade auch mit Controller zu spielen. Ich schwöre meinen Kack-Controller wieder. Warum ist das manchmal so, ja? Hm, was ist jetzt, hm? Meine Renntaste funktioniert manchmal nicht. Und hast du das zu sehr eingedrückt beim Spielen? Nein, ja. Ist nah genauer Controller. Ich hoffe, jetzt geht's. Oh Gott. Dass die wusste, dass ich direkt hier bin, aber hier ist ja auch ein Jen. Die wichtigste Taste funktioniert nicht. Ich kann einfach nicht rennen. Die sieht mich einfach nicht. Die sieht mich einfach nicht. Elsan, wurdest du vom Haken genommen? Nee, ja doch. Geh weg jetzt. Warum rennt er mir hinterher? Ich bin das. Warum rennt sie mir hinterher? Warum rennt der mir hinterher? Das war ein spitze Ding-Karakter. Ich musste wegen... Nein! Ich musste wegen einer Aufgabe, oder muss ich? Oh Mann, du Kle... Ich schwöre, mein Controller rennt wieder nicht. Mann! Ich renne die ganze Zeit und er rennt nicht, ja. Guck mal! Ja, oder? Krasse die. Wo sind hier Toten-Züge? Das... das war jetzt eine Ausnahme. Ich brauche Heal. Jemand hat Toten zerstört. Nein, jemand hat ein Toten aufgestellt. Oh Gott, oh Gott. Hey! Die machen die Jens richtig langsam. Oh Gott, sie sieht doch meine Blutabdrücke. Egal, die verschwinden gut. Ich mache die Jens aber richtig langsam. Und fast... Hallo, Tommy! Good evening, my friend. Okay, ich bin sie los. Aki, hier ist ein Jen, genau. Meine Taste geht nicht, ich will nicht das verkacken, dann höre ich auf zu spielen. Okay, das sei halt nicht ich. Nein, das war ich. Sie kommt. Oh Gott! Oh Gott! Lauf weg, nicht weg. Ey, die findet mich direkt immer. Naja, nicht bewusst, aber... Ich laufe ihr immer irgendwie in ihre Arme. Ich hasse diese Map einfach. Ich fühle mich so unsicher in dieser Map. Weißt du? Renn? Renn, 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 renn. Ich mache Bodyblock. Wie geht ihr, Tommy? Also, die drei sind einfach verletzt, alle. Heilt ihr euch? Ja. Ja, ich halte mich. Ich habe mich auch gerade. Wir nehmen mir seinen Jen, den mache ich jetzt gar nicht. nein sie wirft einfach dings her und kein gen fliegt drei leute und gefühlt habe ich ein gen gemacht das ding ist ich halte mich gerade deswegen aber jetzt bin ich fertig die taste geht nicht als ob ich das verkacken würde ich kann nicht rennen ich renne er rennt nicht das ist es zu weiberm tasse zu schwingen oder ok ok lasst dich mal ein jagen die andere macht auch gerade jen crouched man gott du hängst unten war nächstes ruse ja ja gehst du wohl so holen oder soll ich sie wohl aber du hängst schon zweimal und du bist verletzt wir haben einen gen jetzt fertig halt mich mal hatte zwei meter weiter weg oh mein gott oh mein gott ja da haben wir verkackt amma gelio guck mal was soll der machen ja das wäre schon ein gehalt gewesen wenn ich verkackten zwänger die kam direkt sie verfolgt natürlich mich ja diesmal funktioniert meine renntaste scheiße war er ist mich sauer schwöre auch heilung ja seit zehn minuten das ganze spiel bin ich verletzt wo bist du komm ich bin unten ich gehe zu meinem totem komm hier unten ich bin dann auch hier unten bei einem totem unten im gen ja genau da ich komme nein oh mein gott ich schrette ihn wieder nein ich schretze nein ich schretze ich muss fünfmal vom haken retten wie mehr ein paar tausend äh paletten ja ja kämpft sie hier oder nicht was macht jen die jens gehen so langsam habt ihr irgend so ein feuer totem gesehen ne noch nicht heim ich gerade wieder einmal weißt du wir haben es gefunden oh gott alter ja sie hat mich wieder verloren mann ey sie hat mich jetzt schon wieder nein was mache ich ich bin so dumm oh mein gott sie aber auch mann ja warte ist sie bei dir in der nähe ja sie sie nimmt mich vom haken die blonde okay ey dieses blaue totem ist richtig gut verschnellert die heilung richtig richtig gut ich habe es leider nicht geschafft aber kurz bevor ihr down geht sagt bescheid dann müssen wir den jen kurz loslassen und dann wieder anfassen okay also bevor wir geschlagen werden ja bevor ihr down geht ja ja fach mich gerade bei wumen ja irgendwo eine gsm Ich komme. Gehst du oder? Warte, ich hole dich, Furuse. Ich hole dich. Komm, ich halte dich direkt. Ich mach mal hier noch ein Potem, was ein bisschen zentraler liegt. Ah gut, noch ein Gen ist fertig. Den habe ich gerade gemacht. Unten ist noch einer, Furuse. Komm, was zusammen hin. Haben wir hier oben drei Gents gemacht? Hier waren drei Gents. Ich glaube schon, ja. Hier unten, Furuse, komm. Hier unten ist noch einer. Ja, komm. Aber sie ist hier immer in der Nähe. Ja, sie ist hier. Sie hängt ihn jetzt an. Sie verfolgt mich. Hier ist ein Gen. Ja, die hockt hier die ganze Zeit, Mann. Geht jemand, äh, Flip holen? Philipp Wilk. Ohne. Krass, wir hingen alle. Sie können sie retten. Wir hingen alle schon zweimal. Ja. Ihr könnt sie retten. Ja, Furuse geht. Sag nicht, ich gehe. Ich gehe. Sie ist runter. Sie ist runter. Sag, ich rette sie oder so. Was heißt, ich gehe? Weiß ich noch nicht, dass du sie holst. Oh, komm schon, sie kommt wieder hierher, wa? Ja, sie ist wieder hier. Mann, ey. Oh, Alter. Wir sind alle letzte Dings. Ja. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig spielen. Oh, shit, die Lampen. Hm? Ja, ich heil mich gerade. Sag, wenn du kurz davor bist, dann... Achso, du heilst dich. Okay, ich dachte, du bist davor. Hey, dieser Philipp wird sofort immer getroffen, ja. Er rennt gerade weg. Ich habe einen Gen zu 30%. Wo ist der eine noch mal? Geld, Geld. Komm, ich komme, ich komme, ich komme. Er ist tot. Komm, den kriegen wir jetzt hin. Sie läuft wieder hier hin, wo sie versteckt dich. Wo sie versteckt dich. Geh, Leo. Sie ist wieder da, guck. Sie hat direkt dich gefunden, oder? Sie macht wieder den Gen kaputt. Ich mache den jetzt weiter. Pose, versuch, ein bisschen abzulenken. Keine Ahnung. Sie hat mich verloren. Ja, mach den weiter. Ja, ich mache den gerade. Wie hat sie mich da getroffen, ne? Sie ist hinter mir her? Leute. Klirbt mich. Sie ist hinter mir her? Ich habe den Gen jetzt. und jetzt. Gut, ich suche einen neuen Gen. Scheiße, sie hat deinen Dings kaputt gemacht. Mann. Nicht mehr. Nee, das war schon echt hilfreich, dieses Glamo-Ding. Sogar macht einfach, entkommt ihr. Nein. Scheiße. Ja, wir müssen noch einen ganzen Gen reparieren. Oh, äh, Moment. Ich muss ganz kurz Pio aufmachen wieder. Liegt euch da. Ausgerechnet jetzt musst du die Tür aufmachen. Sie hat deinen Toten genau dann zerstört, als ich nur noch einen Millimeter heilen musste. Ich habe einfach Lila, äh, Medikit gefunden. Ich weiß, das habe ich gesehen. Einfach Lila. Guck mal, ich land's hoch. Ich bin im Dings. Im Schließfach. So. So. Was habe ich da noch? So, äh, geh raus. Ja, aber ich musste doch kurz Dings. Ja, ich weiß. Hast du schon einen gefunden? Elsan? Ja. Machst du den gerade, wo bist du? Ja, ich bin unten. Da kommt kein Film. Wir müssen zusammen einrushen. Angst vor ihr. Hier sind noch zwei. Ich glaube, den haben wir noch nicht gemacht. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ach, da. Ich habe einen gefunden. Ich auch. Den habe ich tausendmal angefangen. Ich bin so gerade Maske. Wie lange. Oh nein. Nein. Mach einfach. Ja, mach Jen, mach Jen. Ich sage dir, wenn er nicht mehr versorgt wird. Okay. Pizza? Nein, leider nicht. Naja, was heißt leider? Ich bin ja eigentlich satt. Mein Freund ist von der Arbeit gekommen. Ich vergesse mal den Schlüssel an der Posttür, deswegen kommt er nicht rein, da muss ich mal aufmachen. Habe ich sie todes verarscht, hast du gesehen? Ja. Die ist gerade an... Oh, hast du die unten? Loll. Jetzt aber, oder? Jetzt, ja. Oh mein Gott. Geh nach oben, die Lamm. Geh ich gleich. Die Ruhmballon haben wir sehen. Kusch, 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 wo bist du? Renne. Renn, 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 renn. Ich renne. Ich hab dir ein bisschen Zeit geklappt. Du kannst nicht heilen, Dilan, rein dich. Warte. Wie komm. Wo denn? Sie laufen noch hinterher, wie soll ich mich heilen in der Zeit? Heil dich. Du, Sana? Er wird auch die ganze Zeit verbrückt, warum hält ich dich nicht? Warum denn jetzt Ersan? Ach so. Weil ich für dich gebodyblockt habe. Ja. Loll, hab ich gar nicht mitbekommen. Aber warum machst du das? Du musst doch auch nur noch einmal hängen. Ja, er kann halt mehr ankommen. Ja, mach doch einfach. Nein. Ich trenne erstmal. Oder geht nicht. Ich bring mich lieber in Sicherheit erstmal. Du liegst, wa? Ich komm zu dir. Oh Gott. Der hat mich gesehen. Scheiße, jetzt sind wir beide tot. Ach fuck. Warte mal. Hier ist ein Haken. Scheiße. Ich glaub, ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ersan, versuch ich jetzt einfach... ...zure Bogenlücke zu prüchen. Naja. Ging so. Sind hier Haken? Ich glaub, nicht in der Nähe. Boah. Ich frage Husa eine Frage. Sie ist einfach leise. Woher soll ich das denn sehen? Wo ist sie gestorben? Hab ich gefragt. Wo lag sie? Du sagst so ungenaue Sachen. Wo ist Ausgangstor? Da links. Wo ist links? Woher soll ich wissen, wo du hinguckst? Aber wie soll sie es denn sonst erklären? Da ist ein Haus. Neben dem Haus dieser Ausgang. Zum Beispiel. Neben dem Traktor. Da ist ein Baum. Neben dem großen Baum. Das ist ein Spiel. Du musst doch ein bisschen so Orientierung machen. Sie sagt so. Ich verstehe kein Wort. So. Dafür können sie. Warum müssen wir wieder raus? Ich hab jetzt noch jemanden eingeladen und meiner Freundes, dass du keine Ahnung ob die Person beitritt. Aber mal sehen. Danke Timo. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Soweit. 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 Kannst du denn also? Oh nein. Kommst du rum? Ich bin drinne. Scheiße. Ah jetzt komm das noch nicht drin. Oh nein. Ach so. Elstern ist drinne! Achso, Mann, ich verwechsel es immer, weil du diesen Dwight jetzt spielst. Ach, ich will nicht wissen, was machen wir. Äh, was nehmen wir am besten, bitte? Schrauben sie mit diesem... Hm. So. Komm schon, Kack-Controller, Alter. Fackt mich das ab. Fackt mich das ab. Fackt mich das ab. Wenn ich jetzt mal und schon ver ja also jetzt kann ich nicht mehr machen startet er ist sie rausgegangen oh mein gott wir sind zu dritt na super da ist noch jemand reingekommen ja Hey. Sorry, guys. I'm trying to return to this. Oh, diese Map. Red Dead. Nee, funktioniert nicht. Ich bleib einfach stehen manchmal. Was ist der Killer? Wo? Geh an den da. Geh weg da. Welcher Killer? Der mit diesem Nadelkopf oder so. Genau zu ihm gerannt. Natürlich haben wir hier einen Nu. Anstatt damit er mit mir den Jen macht. Ah! Das ist Dachkopf. Ja. Boah, ich hasse diesen Dachkopf. Kleiner Hund. Ey, dieser Teammate. Anstatt er mir hilft. Er verflucht uns ja. Kack Dachkopf. Ich hasse ihn. Ich auch. Wer kommt zu mir? Ich glaube, er kommt zu mir. Oh Gott, ich muss geheilt werden. Wie lange gehst du ihn retten? Wen? Den, den... Brandon? Ja. Ja, kann ich machen. Dieser Pisser. Ja, meine Taste geht nicht. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Spiel mit Tastatur. Spiel mit Tastatur? Ja, ja. Ja. Tastatur kann ich nicht so gut spielen. Wie, warum schreit meine so? Ich habe so eine Nadel. Ich habe so eine Nadel. Ich werde gerade gehealt. Aber ja, danach. Ich habe so eine Stacheln an mir. Er hat mich verloren. Ich komme nicht weg und schreit mich jetzt. Mann, ja. Was für ein Dreckspiel. Ich hasse Dachkopf. Und duck dich. Was macht er? Ist der blöd. Was macht er denn? Wieso lässt er sich so auf? Also warum... Er fällt mies auf. Der Creative, der ist voll scheiße. Der spielt ja erst neu. Der ist direkt hier. Ich mach jetzt einen Gen. Ey, das war nur ein Zipfrischen, das du mich berührt hast noch. Na, reicht doch. Ich will. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott. Oh, ich bin in diesem Käfig, Mann. Alter Nah- Ist doch oben, die Karte sieht dich! вони Leute ich bin in so nem Käfig,keine Ahnung was das ist. Ja ich glaube! Wenn es echt gleich ist! Was? Was ist denn eigentlich dieser Kreis um mich herum? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh! Geh weg, geh weg, geh weg! Willst du den anderen runter? Nice. Wo ist er? Hier unten! Guck mal, was hab ich vorhin gesagt? Was denn? Ich frag wo er ist, sie sagt hier unten. Unten im Haus! Ja? Warum nicht unten im Haus? Unten. Hier unten? Von wen unten? Woher willst du wissen wo ich bin? Weil ich dich im Screen beobachte. Ja okay, dann sag von dir aus unten im Haus. Was? Hier unten? Ich mach jetzt Jen weiter. Oh mein Gott! Ich bin... Oh ne! Ich bin in diese eklige Blutfitze reingelatscht. Na ja, jetzt bist du... Jetzt kriegst du diesen Kreis. Was heißt dieser Kreis? Na, dass er dich in diesen Käfig setzen kann. Dass du langsamer bist. Ich hasse ihn. Warum bin ich da reingelaufen? Wie ein Blödmann. Wie ein Blödmann. Wie ein Blödmann. Wenn du es hin... Lauf mal Richtung Mitte, wenn du es irgendwie schaffst. Dann kann ich dich vielleicht retten. Ja... Nee. Oh Mann! Oh Mann! Ich krieg mir den Haken. Soll ich mich? Oh nein! Voll! Entschuldig! Mann! Ich hasse diesen Dachkopf. Komm! Ey! Das ist nicht sein Ernst! Ja egal! Egal! Macht ihr mal! Lauf mal! Äh... Krieg mal Richtung... Krieg mal Richtung Wand schnell! Krieg, 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 krieg! Krieg, krieg, krieg! Krieg, krieg! Ja! Ja! Wuhu! Andertin machen? Ja! Damit da keine äh... Gegensteine? den denn hier sind. Ah, ja. Ich mach gleich den Gen fertig, noch so 10, 15 Cent. Okay. Ich hoffe, der eine macht auch den. Karte? Ja. Fertig. Nice, sehr gut. Ich mach grad nen Todesluft. Fang noch ein Gen an, so kurz? Nein! Oh nein! Ey, was mach ich? Ich... Alter. Oh. Er ist tot. Naja, was sollst du. Nidan, machst du einen Gen? Ich suche einen. Dein Ernst? Ja, hab ich heil. Er geht direkt zu dir, Dilan, glaub ich. Irgendjemand ist ein Gen? Ich bin nicht am Gen. Okay. Dann zu Furuse. Er ist nicht bei dir, oder? Nein, grade nicht. Er ist bei Furuse. Fuck. Gib an. Rette ihn. Ja. Na, du hängst auch zum zweiten da. Ah, sorry. Oh mein Gott. du bist voll weit gar nicht aber ich habe dich gleich geht um mein gott er sieht uns einfach getroffen ich rette sie die weg ich wusste dass er das macht seht ihr irgendwo engine als ob er das getroffen hat er hat verdient dass er den getroffen hat hat da verdient gerne wo sie kommen ich bin hier hinterm stein dass uns heilen schau mal kurz der naja konnte zu mir zwar max max range komm mal die lander rechts ja ist ein gen ja da machen wir Oh, nein. Geh, Lio. Geh, Lio. Geh, Lio! Fuck it! Nein! Ihr könnt weiter spielen. Ich gehe dann erstmal auf, Hadi. Okay. Hast du schon nicht mehr? Nee, nee, ich bin mit Tastatur, ist mir zu nervig und zu laut auf Akamaki. Also, tschüss. Tschüss. Die beiden schauen mir zu, wenn du da unter dir gehst. Ja, ja, ja. Natürlich. Oh mein Gott, hast du Selbstheilung für Rose? Nee, ne? Scheiße. Ah, er hat die Lupe zugemacht. Scheiße. Rose, geh zum anderen Ausgang. Nein! Lika, ich habe eh keine Chance. Bin wir mal ehrlich. Der hat uns alle umgewacht, ja. Hast du doch Kopf, ey. Ich glaube, er lässt dich gewinnen. Oder? Ja, er lässt dich. Dreh mal die Sicht auf ihn. Er lässt dich einfach. Aber lauf, lauf. Also kriech. Ehrenmann. Ja, Mann. Ehrenmann. Ich finde es immer witzig, wenn Kinder die letzten rauslassen. Die spielen doch mal richtig. Zum Glück hat er dich davor zuerst gefunden. Ich versuchte. Du Arsch. Du Arsch. Du Arsch. Nein, das ist gut. spaß ja vielleicht müssen jetzt stehen ich habe mich ausgedacht und da ich bin ich habe ich habe ich habe spiele wieder warm nicht auch mal was ist das hat die frau so 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 Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe heute Gilly's Wimpern gemacht. Ich weiß, das habe ich schon gehört. Bano war auch kurz hier. Das habe ich auch schon gehört. Bano nimmt doch Zink ein, ne? Kann sein. Und sie meinte, sie hat vor zwei Tagen ihre Haare gequaschen. Ach so, ja. Sie hat so dies unnormal Jahr das hat. Ja. Weißt du, was Gilly sagt? Mhm. Sie sagt, du siehst aus wie mein Vater in seinen guten Jahren. Wie mein Vater in seinen guten Jahren gestorben. Guck mal diese zwei Artister an. Das dauert aber lange. Der Killer soll mal bereit machen. Was ist dein Antwort? Was ist dein Antwort? Was ist dein Antwort? Ich spiele dann noch GTA ein bisschen. Deka, du sagst ja nicht mehr und sie sagt so. Nein, nein, nicht jetzt sofort. Ilan, du sagst. Hä? Ist okay. Das ist okay. Warte, so geh. Oh Gott, und ich frage mich, warum sitze ich so hoch? Ich habe drei Kissen unter mir einfach. Die ganze Zeit, warum es so unbequem ist. Ich habe mit einer Artiste angefangen. Ich habe nur ein bisschen bei mir. Ja, das ist ein Gen. Direkt. Oh, fuck. Der Fähigkeitscheck ist kürzer. Er hat irgendeinen Perk. Und vor allem... Oh mein Gott! Das ist der Fallenlegger. Ja, bitte. Der Fallenlegger? Ja. Den, den ich schon mal spiele. Wir haben einen Gen fertig. Nice. Wir hatten auch fast einen fertig und dann kam der ... Egal. Da hinten ist noch ein Gen. Ich habe auch noch mal einen neuen angefangen, ich gehe gleich zu meinem. Ich sehe ihn. Ah, hier ist so ein blaues Totem. Sehr gut. Ich sehe den gar nicht auf dem Mob. Ah Gott, da hinten. Es gibt schon die Hälfte von Gen. Ach, naja. Fast. Fast die Hälfte. Ist das fertig? Ich habe ihn abgehängt, glaube ich. Ich habe ihn abgehängt, glaube ich. Ich mache den Gen im Haus weiter. Ich mache den Gen im Haus weiter. Ich habe den hier fast fertig. Ah! Oh Gott! Ah. Egal, nur noch ein Jen, voll nice. Der chillt grad bei mir. Ne, der läuft jetzt auf. Der verfolgt den anderen. Der macht wärme Zeit. Sag mir, bevor du vor dem zweiten bist. Ich komme. Der macht den hier fertig, ich komme nicht rum. Nice. Passt auf, ja, wenn ihr mich von hier nehmt. Hier ist eine Falle. Direkt vor mir. Ah, Junge. Fuck. Hose, pass auf. Ah, okay. Die haben Kosch. Ah, ja. Ja, lass mal zu einem Ausgang einfach umgehen. Nein, Mann, oder? Lass helfen, oder? Ich stelle eine Falle auf vor dem einen. Ich helfe dem ein. Kam, ich mach Tor auf. Aber warte mal, der kämpft, glaube ich. Wie viele Fallen stellt er da auf? Er hat mich gesehen. Oh nein. Oh nein. Er kämpft bei ihm ja. Hier ist offen. Wo denn? Hier gleich da, wo der Typ hängt. Ah, da. Okay. Ah, stimmt. Ja, er chillt hier. Ich kann den einen nicht holen gehen. Wo sollen wir den holen? Dann komm, ich bin auch hier. Okay. Pass aber auf wegen der Falle. Dann, er stirbt. Ran einfach raus. Er stirbt. Ja. Sollen wir? Wie lange kommen? Er stirbt. Literally, mir nicht. Dicker, was hat er denn gemacht? Ja, okay. Wollen wir raus? Ja. Junge, dein... Wollen wir schnell helfen? Ja, komm. Aber warte, wenn ich sterbe, ich bring euch um. Wo sie so... Hingst doch noch gar nicht. Aber er kämpft bei ihm. Warte, chill. Er kämpft, das... Ja, dann lass gehen einfach. Ja, tamam, okay. Oh, ich fühle mich echt schlecht. Dicker, durch diese Aktion hat er zwei gekillt statt einem. Ja. War keine korrekte Runde. Ah, Mann. Warte mal kurz. Wo ist es? Wie geht's? Ich bin der Neue. Ich bin mal klar, dass sie hat bessere Perks zur Zeit. Spongebob. Also, Gott. Hat sie das Video geschickt? Ich kann manchmal starten, ist das so schön. Ich bin mal ein. Ich bin mal ein. Ich brauche was zum Knabbern. Was tut das? Yeah. Hey, Fusus, es wäre so cool, wenn du auch GTA spielen würdest. Wäre mies witzig mit dir. Du bist witzig. Danke. Du bist meine Sonne. Du bist meine Sonne, ich hab wohl Schmerzen. Wo denn? In meinem Herzen überall. Ich schneide mein Herz raus und gebe es dir. Dein schwarzes Herz? Ey. Ich hab ein super liebes Herz. Ich auch. Ja, ich weiß. Jetzt wäre ich ja nicht mit dir befreundet. Ne. Allerdings. Nämlich! Nämlich! Ich muss eigentlich pinkeln, ich denke da mal auf, kuh. Ich liebe. Ja, das ist toll. Oh nein, ich kaste es. Was denn? Hast du dir die Map-Bang gezogen? Oh Gott. Oh nee. Das ist so eine Map, wo ich wirklich gar keine Gens finde. Der andere eine wurde schon gehittet und ich habe immer noch keinen Gen gefunden. Ich muss ganz kurz was machen, deswegen kann ich gerade nicht spielen. Eine Sekunde. Ach, das ist Nemesis. Oh Gott. Was mache ich hier gerade? Geil, mache ich später. Ja, ja, ja. Kriya ist schon da. Also hier würde ich sehr gerne auf Toilette gehen. Ich hasse Nemesis. Ich hasse Nemesis. Oh nein. Oh nein. Du bist verletzt. Ernsthaft? Mann, ich brauch diese Kiste hier. Mann, dieser Zombie nervt. Ich komme dich gleich holen. Oh Gott, wo bist du da unten? Oh Gott. Mann. Ich habe gar keine Lust auf Nemesis, Mann. Mann. Ja, das ist auch. Ich bin eigentlich sehr verrecklich. Lass uns einfach sterben. Herr Erden hat nichts gemacht. Aua. Das schaffen wir nicht. Wir sind zu bad dafür. Ich muss auch sagen, dieser Zombie macht mir Angst. Ich weiß, ich hasse Tommys. Ach, ekelhaft. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr zu spielen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr zu spielen. Wegen Nemesis? Oh Gott. Ah? Danke. Hier. Wir müssen uns... Er kommt. Er kommt! Ja, ich wollte eh sterben, scheiße. Wo ist die Kiste? Oh nein. Hilfst du mir noch kurz bisschen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Bisschen helfen. Mach keinen anderen zu. Ich heil mich erst mal. Ey, wir haben keinen Gin. Ja, deswegen gibt es vielleicht schon kein bisschen. Noch eins. Ich verstehe jetzt besser, dass ihr einander habt. Werke Böke. Oh Gott. Oh Gott. Die laufen einfach nur drum herum, die anderen sind... Oh Gott, ey. Ja, sie kamen in einer Kiste. Umstirb wahrscheinlich. Nein. Kiste. Ach doch, Impfstoff. Ach doch, Impfstoff. Okay, die werden verfolgt, die beiden. Ich suche ihn. Digga, du bist die Einzige, die was Sinnvolles macht. Brauch sie nicht noch mit Gin irgendwo? Ah ja, da hinten. Oh Gott, die machen einfach nichts. Die eine hätte mich jetzt aufgehangen und die andere versucht, dass er nicht aufgehangen wird. Ja. Ja. Dieser Marseille soll den mal holen gehen. Der Einzige, die ihn Jen gemacht hat. Tja. Geht der sie holen? Nein, sie wird verfolgt. Soll ich sie holen gehen? Ja, sie wird verfolgt. Oder du wartest, bis alle sterben und siehst die Blute. Wo hängen die? Die Blute. Die Blute. Die Blute. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Nee, der stirbt. Ich gehe wieder zurück. Egal. Ja, egal. Das verfolgt die ganze Zeit. Oh mein Gott. Kriegt er den nicht? Nein. Super. Ich sage dir, wenn er ihn bekommt. Ich glaube, er verarscht und rüßt die ganze Zeit. Aber ich glaube, jetzt hat er ihn gleich in den Zombie. Ja, er hat ihn durch die Luke. Nee, nee. Aber der kann ja... Er stirbt. Ach so, er stirbt nicht direkt. Nein. Ich muss sagen. Ach so, katt. Wir haben doch einfach die Lücke, das ist dürf jetzt. Ehrlich jetzt? Ja, das ist doch gewagt, die Lücke, also Fleisch. Oh Gott, er hat die Lücke zugemacht. Ja, dann geh zum Ausgang. Der hat die direkt gefunden. Lauf ich richtig? Boah. Ich weiß nicht, wie die Ausgänge sind, du hast du nicht gepumpt? Oh Gott. Oh Gott. Fuck. Oh Gott. Wow. Nein. Ah, hier, hier wusste ich's doch. Willst du, lass mich raus. Wo ist das? Digga, du solltest denn da reingehen? Nochmal da rein. Nein. Wo rein? Ja, da. Geradeaus. Da ist das Tor. Komm schon. Lass mich doch. Kann er nicht auch so nett sein wie deiner da? Kann er nicht auch so nett sein wie deiner da? Er gönnt dir gar nicht. Nein. Äh. Er will ja seine Blutpunkte bekommen, ne? Gönnt er dir doch? Mann! Was macht er denn? Ah, so hast du eh verkackt, sonst darfst du nicht mehr. Die Zeit brennt. Ja. Mann. Ey. Hätte er doch gegönnt. Oh Gott, Milu. Na ja, machst du aus für Ruse? Ja, ich denke schon, das kann. Ja, okay. Dann mach ich den. Ich auch aus. Also, ich spiel bisschen GTA noch, aber... Na gut, dann beenden wir mal den Stream hier. Bis morgen erstmal, Leute. Also, alle, die es so geguckt haben. Tschaui.